Ich hab mal Gott gefragt, was er mit mir vor hat. Er hat es mir aber nicht gesagt. Wer ist denn das Fräulein da? Das geht dich einen Dreck. Das ist sogar ein sehr hübsches Fräulein. Marianne, wo stecken da meine Sockenhalter? Die rosa oder die beige? Ich hab doch noch mehr die rosa. Im Schrank links, oben, rechts, hinten. Lüg nicht. So lüg doch nicht. Nein, ich bin nicht geschwommen. Ich mag nicht mehr. Ich lass mich nicht mehr von euch tyrannisieren. Mein Körper gehört mir, verstanden? Da! Sohn eines Schweinemetzgers soll ich heiraten, nur wegen dem Geld. Sei gepriesen, du lauschige Nacht. Jetzt möchte ich in deinen Kopf hineinsehen können. Hast zwei Herzen so glücklich gemacht. Aber das kannst du nicht. Und die Rosen im folgenden Jahr. Man ist und bleibt allein. Meinetwegen soll unsere Tupenklinik verrecken. Eher heute als morgen. Wirklich? Wirklich? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR